Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy. Ja, wir gehen jetzt hier mal irgendwo hin. Ah, Lila Komete in der Reifen-Ozean-Galaxie. Dort fliegen wir mal hin und schauen mal, was uns dort erwartet. Lila Münzen wahrscheinlich. So, mal sehen, wo ich die alle suchen muss. Bin ich ja mal sehr gespannt. Okay, die Lila Münzen im Reifen-Ozean. Oh, oh, oh. Ozeanisch klingt das hier, weiß ich nicht. Nee, ähm, oh Gott. Ach, Mann, ey. Jetzt gibt es in jeder Galaxie irgendwie Lila Münzen. Das ist doch... Es ist ja schön, dass man mal auch Münzen sammeln muss, aber... Ach, Mann. Ich mag das nicht so. Eigentlich. Naja, geht. Gibt Schlimmeres. Da sind noch Sternteile, Mensch. Komm ich hier eigentlich rüber? Nee, ich muss hier hoch, ne? Ja. Kamera? Drehen. Okay. Okay, ich muss eigentlich nur hier das alles abfliegen, so wie es aussieht. Komm ich hier hoch? Ja. Okay. Wunderbar. Hier auf der Wolke ist... Scheiße. Ist doch noch was? Ey, bleib doch mal hier, du Wolke. Scheiße. Okay, also... Nochmal. Äh. Wo ist denn die Insel? Hier ist sie. Gut. Die Insel, auch ein toller Film. Naja, weiß ich nicht, ob er so toll war. Wobei, so schlecht war er auch wieder nicht. Ja, hat ja wunderbar geklappt. Kann ich da durchfliegen? Nee, ne? Natürlich kann ich da durchfliegen. Von unten durch geht, aber von oben kommt man nicht durch. Ach, das muss man nicht verstehen, oder? So, okay. Da muss ich gleich drauf und dann... Ich glaube, ich muss einfach den Wolken folgen. Kann das sein? Das wäre jetzt ein bisschen einfach. Aber es sieht auch gar nicht so viel aus an Münzen. Ich muss ja auch 100 sammeln. Hm. Da auf dem Sternschiff sind auch noch welche da. Also auf dem Toad-Schiff da. Mist. Da haben wir gleich zwei verpasst. So, jetzt. Und hier auf der Palme. Das bringt mich auf die Palme. Scheiße. Ey. So, die Sternenteile kriege ich nicht so. Da müsste ich jetzt... meine Bienen vom Licht ausgeben. Okay, achso. Die kriege ich auch so. Da sind nur Luftblasen, keine Wasserblasen. So. Ach, weiß ich nicht. Auf jeden Fall macht das nicht meine Biene weg. Weil die kann ja kein Wasser vertragen. So, äh, 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 warte. Sind hier noch welche? Umgucken. Das geht ja bis, bis wieder zurück. Das gibt es ja nicht. So, okay. Wieder zurück. Also. Wieder zurück in die normale Ansicht. Und dann hier hinauf. Und wenn die nach oben fährt, dann ist hier bestimmt auch was? Nee. Okay, hier ist nix, so wie es aussieht. Nö. Gut. Hier sind überall Bienen-Power-Ups. Da kann ich mich immer wieder zur Biene machen. Muss ich nicht von vorne empfangen. Das ist ja praktisch. So. Okay, warte. Hier rüber. Ja, so. Da landen. Und. Okay, ich glaube, ich muss einfach hier rüber. Sieht so aus. Ja. Gut, dann nochmal hier rüber. Wow. Wow, wow, wow. Nicht runterfallen. So. Na, jetzt dreh doch mal die. Warum dreht er die Kamera denn so scheiße? Also. So, wieder zurück nochmal. Und dann nochmal gleich wieder hoch. So ist ganz gut. Okay, jetzt hier rüber. Halt. Flieg. Mario, flieg. Ob das wirklich 100 Münzen sind? Weiß ich ja nicht. Also, die ich hier alle sammeln kann, so. Aber die da unten sind ja fies. Wie soll ich die denn kriegen? Warte mal. Ja. Okay, so kriege ich die anscheinend. Aber die erste habe ich nicht gekriegt. Na, kriege ich die auch. So, ja. Okay, die erste habe ich auch so gekriegt. Gut. Dann, äh, ist hier ein Bienenpower-Up zufällig. Nicht? Sieht nicht so aus. Nee. Hier ist keins. Mist. So, nehmen wir uns mal die Sternteile mit. Kann immer nicht schaden. Da hinten sind auch wieder welche. Okay, das Bienenpower-Up ist also erst da hinten wieder. Gut. War natürlich schlau, jetzt, äh, hier das zu machen. Äh, muss ich wieder den ganzen Weg nehmen. Da kommen immer neue Sternteile. Ach Gott. Brauche ich gar nicht. So. Okay, zur Biene wären wir jetzt. Und, äh, dann kann ich irgendwie abkürzen hier. Ah, hier kann ich direkt drauf, denke ich mal. Sollte gehen. Yep. Okay, das funktioniert. So, dann hier drauf und von dort aus dann, äh, Kamera. So. Von dort aus auf die Palme wieder. Und dort ist noch eine Münze. Und dann auf diese Wolke hier. Ich glaube, die fährt hier rüber? Nee. Nee, okay, da muss ich einfach lang fliegen. So, gut. Warte mal, da hinten muss ich auch noch ruf. Äh, ähm, ich glaube, von hier aus komme ich da rauf, oder? Ich hoffe. Ja, da komme ich rauf, oder? Komme ich da rauf? Komme ich da rauf? Klar, nur an der Münze bin ich vorbei. Ist doch klar. So. Dann hier rauf. Da rüber. Ja, die Münzen da unten habe ich nicht übersehen. Aber erstmal möchte ich das hier oben. Ach, da sind ja noch Sternteile drin in den Fenstern. Wow. Lohnt sich richtig. Naja. So, hier hoch halt. Okay, da oben hier sind nur noch welche. Und dann. Und dann, warte. Kamera. Nee, da könnte ich runterfliegen, aber ich glaube, da ist nichts. Da sind keine Münzen mehr. Hier unten sind aber noch welche. Ach, hier sind nochmal Sternteile. Hey. So, hier ist noch ein Bienenpower. Warte mal. Wie komme ich denn jetzt hier wieder hoch? Hier bestimmt. Komme ich da hoch? Ja, okay. So, dann muss ich hier weiter. Ups. So, hier auf die Palme, glaube ich. Und dann. Achso, hier lang, glaube ich. Ach, da unten sind auch noch welche. Scheiße. Warte. Gut. Gut, okay. Moment. Gut, das schaffe ich auch ohne, das Bienenpower abzuverlieren. Geht das? Ja, okay. So, warte. Wolke. Äh, Kamera. Kamera. Hey. Scheiß Kamera, eh. Ich könnte jetzt natürlich blind fliegen, aber es ist natürlich immer scheiße. Scheiß Kamera, eh. Oh, leck mich. Verdammt. Was soll denn das? Warum kann ich diese scheiß Kamera denn nicht drehen? Oh, Mann, eh. Noch einmal. Das war natürlich jetzt schlau, was ich da gemacht habe. Ich habe auch gar nicht gesehen, wo ich hingeflogen bin. Was ist denn das, eh? Okay, ich weiß jetzt, wie es geht. Das wusste ich auch schon vorher, aber... Okay, ich muss erst mal hier rauf. Nein, hier rauf. So. Okay, jetzt. Weiß ich ja, wo ich hin muss. Ups. Geh wieder zurück. Weiß nicht. Ist jetzt auch... Ich muss ja eigentlich... Ups. Hier rüber. Ja, Steuenteile. Boah, wie scheiße das war... Ah, Mann. Was ist mit der Kamera? Also manchmal ist das echt ein bisschen blöd. Dass du denn einfach... Dass sie sich überhaupt nicht dreht. Warum hat die sich denn nicht gedreht? Wahrscheinlich, weil der Leuchtturm im Weg war oder so. Komm ich wieder zurück. Ja, ich hätte eigentlich auf die Wolke gemusst. Wo ist sie denn jetzt da? Okay, Moment. Hier rüber. Dann. Hier hoch. Mann. Schlechtes Timing. Ne, so geht nicht. So geht's nicht. Ich muss ja erstmal hier abwarten bis... Mann. Münze. Genau so. Und jetzt. So und dann. Hier hoch. Genau hier rauf. Auf diese Wolke. Dann. Hier rauf. So wie es aussieht. Ja. Okay. Hier hinauf. Äh. Fail. Okay. Warte. Das war jetzt natürlich... Scheiße. Kann man nicht anders sagen. So. Moment. Komm hier rauf. Hallo. Bleib doch. Wo bist du denn jetzt da? So. Muss er ja eigentlich nur auf das Schiff hier nochmal rauf. Und die drei Münzen noch holen. So. Ups. Okay. Okay. Dann hier rauf. So. Das machen wir gleich. Wir holen uns nämlich erstmal das... Die paar hier. Die... Drei Münzen. Und wir müssen dann wieder ins Wasser zurück. Ja. Weil wir schaffen es uns nicht. Na nu. Ne jetzt. Genau. Die Münze so. Okay. Dann das Bienenpower ab. Wo bist du da? So. Das dauert aber auch ewig hier. Das ist echt schlimm mit der Biene. So warte. Da muss ich hoch. Okay. Die Kamera schon wieder. Kannst du auch nicht richtig drehen. Jetzt habe ich schon wieder eine verpasst. Ach ja. Einfach schön. So. Äh. Hier. Genau. Und jetzt hier rüber. Dann kann man es wieder so scheiße drehen. Und dann kann man hier wieder rüber fliegen. So. Okay. Hier hinüber. So. Hier rüber jetzt erstmal. Halt. Dann hole ich gleich die hier unten zuerst. So. Die beiden. Und die hier oben noch. Ey. Mario. Was war das denn? Ach man. Der ist ein Schlappschwanz ey. Oder ein Schlappflügel. Kann echt nicht richtig fliegen. So. Jetzt aber. Wie willst du denn je eine Biene werden? Lieber Mario. Eine richtige Biene. Ja. Ja. Leute träumen davon. Ein richtiger Mensch zu werden. Hust Pinocchio. Hust. Und du. Du wirst nicht mehr eine richtige Biene. Unfassbar. So. Unfähig ist er. Echt dieser Mario. So. Warte mal. Ich muss ja jetzt hier hoch. Wie komme ich jetzt hier? Kamera? Hallo? Ich möchte bloß auf eine von diesen vielen Wolken rauf. Vielleicht auch mal hier auf die Palme erstmal. Wieso schaffe ich das nicht? Ne so nicht. Moment. Hey. Okay. Okay. Einfach nach oben. Das geht nicht. Gut. Gut. Okay. Wo fange ich denn jetzt hier an? Dann doch erstmal hier rauf. Mann. Was war das denn? Ach man eh. So wird das nix. Yeah. Sternteile. Noch mehr. Okay. Hinauf. Jetzt. Na also. Umdrehen. Hier rüber. Und gleich wieder zurück. Weil wir eine Münze verpasst haben. Toll. Ach schön. So. Zurück. Und jetzt wieder hier hin. Hey. So. Hups. Ah ja. Hier jetzt ran. Okay. Und hier rauf. So. Du. Na nun. Du auch. Okay. Und dann. Die Münzen hier unten muss ich noch kriegen. Irgendwie. Hups. Das war fail. Da muss ich hin. So. Ne nochmal. Halt. Was hat der denn jetzt gemacht? So. Okay. Die Münze hier noch. Und die da drüben auch gleich noch. Und wieder hoch. So. Und ich kann auch diese Scheißkamera nicht richtig drehen hier. Dass ich sehen. Ne. Ich kann ihn nicht drehen. Ich sehe hier nicht wo ich hinfliege. Warte. Was ist das für eine Scheiße eh. Jetzt wirst du dich deswegen wieder hier vorne anfangen. Oder was. Wieder den ganzen Weg da hoch. Kannst du auch nicht drehen. Diese blöde Kappe. Also wieder den ganzen Weg hier lang fliegen. Hey. Kommt er wieder nicht hoch. Das ist auch echt Glückssache manchmal. Oder ich mache es einfach total falsch manchmal. Das kann auch sein. So. Jetzt. So. Hinüber. Lalalalala. Und wieder rüber. Ich hätte mal die da unten zuerst holen sollen. Ich war natürlich zeitlich am besten geplant. Plan wieder. Warum kann ich diese Scheißkamera da nicht drehen? Was denn das für ein K... Hier auch nicht. Boah. Ach man eh. So. Die fliegt nach oben. Ja. Aber hier ist ja nichts. Ich will ja jetzt da drüben hin. Hoffe ich. Will ich hier hin? Ist das richtig? Ja. Ist richtig glaube ich. So. Dann muss ich hier rüber. Okay. Meine Nase juckt schon wieder. So. Okay. Dann. Nein. Nicht ducken. Kamera drehen. So. Nein. So rum. Ich sehe nichts durch die Wolke durch. Mann. Ach. Was für ein Quatsch eh. Manchmal. Okay. Wenigstens bin ich im Wasser gelandet und nicht irgendwo im Nichts. Mann. Mario. Einfach da rauf. Ist denn das so schwer. Ey. Wofür machst du denn jetzt? Ey. Jetzt. Einfach da hoch. Hallo. Meine Fresse. Wieso kommt er da denn jetzt nicht hoch? Na geht doch. Meine Fresse. Oh Mann. So. Und jetzt hier rauf auf die Wolken. So. Warte. Wo waren jetzt die? Warum kann ich mich nicht umgucken? Jetzt. Da sind noch Münzen. Okay. Weil die Wolke sich bewegt, kann ich mich nicht umgucken. Hier sind die Münzen. Okay. Zurück. Dann einmal umdrehen und. Okay. Dann hier rauf. Ich sehe wieder gar nicht, wo ich bin. So. Hier. Gut. Dann hier rauf. Hoffe ich. Hier ist noch ein Toad. Was sagt der denn hier? Hallo. Auf der Insel in der Mitte gibt es anscheinend keine lila Münzen. Ach gut. Okay. Gut. Dann weiß ich ja, wo ich schon mal nicht hin muss. Den Dingern weiche ich mal lieber aus. Was? Du hast lila Münzen gesammelt. Ach echt. Toll. Das wusste ich auch noch nicht vorher. Wo muss ich denn hin? Ey. Geh weg. Geh weg. Ich habe doch gesagt, ich weiche den aus. Hat ja wunderbar geklappt. Da unten sind noch Sternteile und. Ein Bienenpower ab. So. Moment. Ich sehe hier wieder nichts. Manchmal ist die Kamera echt blöd in so ein 3D-Spielen. Wo du. Wo du dann auch noch fliegst und. Dich auch noch verfliegst. Und wieder umdrehen musst. Toll. Also jetzt. Wieder zurück. Auf die andere Wolke hier. Yeah. Würde ja sagen, ich bin jetzt auf Wolke Nummer 7. Aber es ist ja eher Wolke Nummer 7000. Vom Gefühl her. Ne. Weiß ich nicht. Wie viele sind das jetzt? Ich habe nicht nachgezählt. So. Hier muss ich hoch, glaube ich. Okay. Haben wir es geschafft darauf. Gut. Muss ich von hier oben aber nochmal nach unten. So. Okay. Und dann. Ich habe Höhenangst. Warte. Ist da oben eine? Umgucken. Nein. Keine Münze. Gut. Dann geht es weiter hier hinten hin. Du hast Höhenangst. Ja. Ist ja gut. Hier lang. Denke ich mal. So. Hinauf. Münze. 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 So. Nein. Ach scheiße. Jetzt fliegt die Wolke von mir weg. Mann. Wie fies. Okay. Jetzt aber nicht mehr. Bleibst du da drauf? Gut. Ähm. Hier rauf. Wie fern wir denn schon? Ach schon 74. Mensch. Äh. Eine. 77. Okay. Guck ich noch weiter irgendwo? Warte mal. Natürlich hier hoch. Gut. Gut. Hier vorne ist eine Münze. So. Hier sind überall noch Münzen. Gut. Münze. Münze. Da sind noch Münzen in den Bogen. Da. Über. Wieder. Über irgendwelchen Wolken. Hier sind auch noch welche. Gut. Halt wieder zurück, wieder zurück, wieder zurück, wieder zurück. Erstmal hier den richtigen Weg finden. Okay. Das war der richtige Weg. Gut. Äh. Da unten sind auch keine. Gut. Okay. Da ganz oben ist noch eine und dann geht es weiter auf die andere Seite irgendwo. Ich weiß es nicht. Ach. Da unten geht es weiter. Okay. So. 88 Münzen haben wir. Gut. Dann fehlen ja nur noch 12. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. so. Moment. Hier hoch. Na nun. So. Nein. Drehen. Nein. Auch scheiße. Okay. Dann nehmen wir halt diese scheiß Kamera. Perspektive. Na. Geht eigentlich. So. Okay. Dann. Hinüber. Hier. Hier hin. So. Die Münze. Komm. Die hole ich mir jetzt auch mal. So. Ups. Was war das denn gerade? So. Ähm. Jetzt fehlen noch 6. Drei habe ich schon gesehen. Hier vorne nämlich. Und die letzten drei sind. Irgendwo anders. Da sind. Auch da. Hier halt. Warte mal. Ich bin gerade verwirrt. Wie hast du denn jetzt die Kamera gedreht? Halt. Hier ist noch eine. Okay. Moment. Ne. Da sind auch mehr als. Da sind zwei. Sind das zwei? Da sind zwei. Okay. Dann fehlt aber noch eine. Auch nicht schon wieder diese Situation, wo eine Münze fehlt. Äh. Ich habe sie. Okay. Ich weiß, wo sie ist. Gut. Ist ja gut. So. Okay. Brauche ich die nicht mehr suchen. Dann haben wir jetzt alle. Und wo ist der Stern? Äh. 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 Wo ist es? Ach. Oben. Auf dem Leuchtturm. Ach du Scheiße. Na gut. Jetzt musst du im Leuchtturm hin. Ähm. Wie geht es da am schnellsten hin? Wieder zurück? Nicht. Ne. Okay. Ich gehe einfach mal ins Wasser. So. Und dann schwimme ich einfach mal. Wenn ich schüttle. Ah. Jetzt springt er nach oben. Er sollte eigentlich seine komische Drehrolle da im Wasser machen, hat er aber jetzt. Aber irgendwie nicht. Ich glaube dazu muss ich unter Wasser sein, ne? Genau so. Hehehe. Lustig. Da wird mein Arm ja fast taub. Ne. Weiß ich nicht. So. Ich muss zum Leuchtturm. Geht das schneller als das andere Schwimmen? Ich weiß es nicht. Ich schüttle hier die ganze Zeit nur die WIFER-Medienung hin und her. Ah. So. Ja. Das ist Muskeltraining hier. Es ist einfach schön. So. Warte. Ich muss jetzt halt. Jetzt mach doch mal hier. Nein. Aua. Hey. Was kommt der da immer gegen? Na komm schon. So. Dumm. 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 Da hoch. Da hoch. Das Bienenpower abholen. Moment. Hier ist es. Zurück. Ups. Dann hier hinauf. Okay. Geschafft. Dann. Von hier aus komm ich. Warte. Hier lang. Hier auf diese Wolke. Und dann auf diese Wolke. Hoffe ich. Geht das? Ja. Klar wird das. So. Dann. Hier rauf. Hier rauf. Hier rauf. Daran. Genau. Äh. So. Stern erhalten. Ja. Sterne erhalten. Juhu. Oh. Puh. So. Kannst hier schon nicht mehr sitzen auf dieser Couch. Ach. So. Du hast einen Stern erhalten. Reifen Ozean Galaxie. Die lila Münzen im Reifen Ozean. Galaxie komplett. Yeah. Endlich. Diese scheiß Galaxie. Nein. So schlecht war die auch nicht. War bloß so schwer teilweise. Naja. So. Dann haben wir die auch fertig. Wie sieht es denn jetzt hier aus eigentlich? Gucke ich jetzt einfach mal. Reifen Ozean ist fertig. Das ist fertig. Da fehlen noch zwei. Da fehlen noch zwei. Und einen Geheimstern. Dann machen wir mal zurück. Okay. Äh. Wann hatte ich angefangen mit Spielen? Ach. Ah. Ist schon ewig hier. Vor 25 Minuten oder so. Wenn ich mich nicht irre. So. Das reicht mir für heute auch erstmal schon wieder. So viel gezockt. Und wieder nur vier Folgen oder so. Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall sehr wenig eigentlich. So. Na gut. Dann würde ich sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat. Bitte abonnieren. Kommentieren. Gut bewerten. Und bis dann. Äh. Bis dahin sage ich mal. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Untertitelung des ZDF, 2020